Ja, Professor Borckhardt hat ganz klar gesagt, weiter, das Mädel ist zu gesund, um hier zu bleiben. Oh ja, ich mich ja beeindruckt, so viele Leute haben. Weiter. Es ist nichts vorgestiegen. Bis später. Ja. Kannst du deinen Ellenbogen lecken? Das ist gemein. Das geht nicht. 10 Euro, wenn du das schaffst. Nein, Steff? Nico, kannst du auch den Ellenbogen lecken? Ja, was soll, es gibt hier 10 Euro. Das schaffst du. Los, ich halte mein Wort. 10 Euro, wenn du deinen eigenen Ellenbogen leckst. Das ist alles noch so leise in dieser Stadt heute Morgen. Normalerweise ist hier richtig was los, aber das ist alles noch so dumpf, so abgedreht, runtergedreht. Als ob du gerade aus dem Club kommst und deine Ohren noch taub sind. Das ist alles noch so Denkst zu geben. Hier ist eine riesige Normale. Dann geht es gemeinsam. Dann geht es weiter. Die Ohren, ich halte mich nicht. Das ist alles. Das sind die Ohren. Untertitelung. BR 2018 Ab nach Hause! So, jetzt geht's zur Bandprobe. Und er ist zum Glück schon nach 4 Uhr. Deswegen gehe ich jetzt mal gucken, ob der Kiosk noch offen hat. Jetzt erstmal ein leckeres Bierchen. Schönes Hansa. Ein Filet, 8000 Mark. Was kostet ein Bisset, 8000 Mark. Erstmal... ...Wertsgang. Langsam kommen lassen. Blinker nicht vergessen. Rechte Seite, nicht links. So, Kupplung kommen lassen wieder ein bisschen. Guck nach hinten. Langsam. So, alles einschlagen jetzt. Alles einschlagen. Guck schon wieder ein bisschen reintreten. Guck nach hinten. Nach hinten gucken. So. Und wieder alles einschlagen. Alles einschlagen. Alles einschlagen. Alles, alles. Alles, alles, alles. Bis zum nächsten Mal.